Habt ihr was dagegen, wenn ich aufnehme? Deine Pokémon-Runde hat jetzt zwei Aufrufe. Nur wenn du meinen Kanal vollbringen willst. Dann musst du mir später schreiben. Und damit willkommen zu einer kleinen Runde Betwas. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Schmiedi Meister. Setz dich hin und werd doch etwas feister. Hier gibt's dege Zockerei zu schauen. Und die sind auch noch mit Gelaber zugehauen. Geh mit dem Schmiedi nen Fick auf das, was muss. Und bekomm beim Schauen einen riesen Ob-Bock auf lineare Gleichung zu lösen. Ja, mhm. Nächstes Schmiedi Meister! Mit dem Kanal, der ich hoffentlich verlinke, wenn ich dran denke. Weiß ich, komm mir jetzt Eisen. Fickt euch! Scheiße, ich komm net hin. Durch die Nacht. Och, mein Null. Ich komm auch, ich bau das Bett direkt ein. Direkt mit dir, ich mach schnell das Bett. Ist nicht, ist nicht, ist nicht. Und dann gibts ein TS wieder. Im Übrigen, ich geb dir dann, ich schreib dir später auch noch die IP mal, Hunter. Die werd ich auch noch Trance geben. Du kriegst die nicht. Kennst du noch Trance? Ich? Hannes? Ja, Trance. Ja, ja. Toxic, Trance. Ich war vorhin die ganze Zeit, äh, wir waren ja gerade die ganze Zeit bei ihm auf dem TS. Ich war auch kurz bei, wenn hier. Ne, jetzt nicht mehr, denn du kannst darauf nicht talken, wenn du keine Rechte hast. Ich kann nicht talken. Talken. Du textisch für das Served live. Oh, nein. Ja, vor allem, wir haben jetzt einfach hier während der Aufnahme schon über TS-Server gesprochen. Boiler, Spoiler. Willst du nicht gleich nochmal deine Adresse und rein den Verlinken? Nein, es sind nur 20 Slots und wenn dann doch mal irgendeiner doch mal das Video sieht und auf die Idee kommt, einfach drauf zu joinen, sind die Slots weg. Äh, sind die belegt. Hm, wissen wir welche Farbe? Wir sind grün, da kommt roter. Ja, roter kommt schon zu uns. Habt ihn schon. Der ist echt dämlich gewesen. Ne, ich geh gerade zu gehen. Ja, ich schlag hier. Ja, ich versuche hier einen Niederlanden runter zu schlagen. Das Problem ist halt, Lila dominiert die Mitte grad. Dominiert? Ich komm. Haben die Bogen? Nein, noch nicht, aber die holen sich gleich einen Bogen, das ist das Problem. Also einer von roter Bogen? Ja, rot hatte ich auch schon welche runtergeschubst, aber perfekt, was das erste Bett? Jo. Jo, was ist das? In der Chat ist mal wieder zu groß. Ich hab ein Aufnahmenfenster, nicht perfekt. Und so, heute direkt erste Runde BVP direkt im Bett weggesnisselt. Boah, ich leck heut echt. Ich hab heute einen Scheiß-Ping, oder? Lass mal das lecken. Hey, guck, ich hab ein 50er-Ping. Fünfmal so schlecht wie sonst. Ich hab im Moment einen 27er-Ping. Weißt, ich hol mir jetzt auch mein Bett, wenn ich hinbekomme. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob ich Breitband oder Glasfaser hab, das ist feinlich. Ich hab Klopapier. Geil. Ich hab Plastik. Du hast die Lidaren gezockt, äh, gestürtet, dann geh ich mal zu Lidaren durch. Obwohl die dann auch schon einen Bogen haben. Ja, Lidaren Bogen. Ja, juts mich auch nicht. Ich geh mal kurz zur guten Rute, ne? Nice. Boah, fuck, die haben mich runtergeschossen. Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Ja, und ich hab... Rot hat, äh, Lila hat jeder am Boden, das ist das Problem. Hm, weißer Stein, egal. Dominieren, hey. Lila dominiert richtig. Dominieren, hey. Oh, klar. Wen gibt's denn noch? Ich geh mal rüber zu Rot. Ich geh mal rüber zu Rot. Oh, der Gelbe hat mich. Schwanger, ich wollte, ich wollte zu Rot und mich da mal equippen. In Rot und Eichen. Ich bin nur Rot. Ich wollte schon wieder fiktig sagen. Keine Kraft ausdrückte im Unterricht. Welcher Unterricht? Wir haben auch einen Bogen. Wir haben auch einen Bogen. Nice. Der eine Tusch, äh, Schicht hier einen Bogen. Das ist mir fragig. Oh, ein billiges Schwert. Vielleicht mal noch besser auf Brust holen. Oder ich will einfach meine Kiste, wo wir unser Zeug reinräumen können. Wo ein wenig. Ja, schon mal nicht nur. Grün sind wir, ja. Grün sind wir, ja. Wir haben Lemur im Team. Wir werden gewinnen. Wir haben Lemur. Nice. Oh, ich lege richtig. Ich glaube, ich timee aus. Hört ihr mich? Oh, Leck. Jetzt schreibt der Hex. Pass auf, jetzt schreibt der Gelbe Hex. Ich hab Lecks. Haka. Man fühlt sich ja, wie sie hat. Nee, ich hab euch dann geheilt, dass die Gelbe Hex out der Zeitstelle zurückgelegt wurde. Eichs-Präsident nicht. Lila, ich hab hier Gold. Ich bin ein Bohm. Ich bin ein Bogen. Ich bin ein Bogen. Wer sucht, ich bin ein Bogen. Ich bin ein Bogen. nicht mit dem Bogen und das wird mich aber dem die Merkleck bei mir am Boden gestaubt haben wir die Mitte der Staubein Schausten da sind gelber in der Mitte werden noch ein Herz wieder hin gern Bogen da kommt, das ist das Problem ich habe ihn einmal getroffen der eine rennt mit Gold zurück Piken ja, Piken da hast du ein bisschen Eisen in die Kiste geliebt perfekt, ich kann endlich meine Brust gleich holen das sind deine Brüste verdeckt Driezer Niveau, wir sinken, auch bei einer Collegi ist in der Mitte der Schule, letztlich hat ein Mädchen bei uns in der Schule die ganze Zeit so ein E-Austeil der ganze Zeit rumgefuchtet und dann hat die Lehren einfach gesagt du sollst ich immer mit den Bällen spielen was was wo sollst die soll nicht immer so mit den Bällen spielen war auch auf die Feintren Lila und Gelb bekämpfen sich Leute, das nutzen wir aus das ist unsere Chance ja, die bekämpfen sich gegenseitig sieben, acht Eisen, cool, da kann ich mir mal einigermaßen gute Brust ne, aus dem Spawner das Eisen aus der Kiste ist im Übrigen schon weg das hat unser Tude alles genommen es leckt ich drück auf Rüstung und nichts passiert ich lass mal meinen Bogen in der Kiste Leute wetten der Tude nimmt ihn jetzt raus ja, er nimmt grad den Bogen raus der Lemur ja bin wieder bei Rot ja, gelb ist in der Mitte ja, gelb ist in der Mitte ich glaub wieder 31 Eisen ne, cool ich wollte schon schreiben, du Jude halt mal mal schauen, ob Lemur das gelesen hat der wird gleich sterben gelb ist in der Mitte, willst du mal versuchen von Rot aus Gelb zu wecken? hm, könnte ich mal versuchen wir haben halt Bogen Lemur hat den Bogen mitgenommen das ist einfach nur ah, Herr Schilds ah, ich kann manchmal echt nicht schreiben ähm, auf kurz ne Kiste ja, klar stell die hier hin und dann tue ich hier ein bisschen Stuff mal ähm, und jetzt versuche ich mich hinten ein bisschen rum zu bauen ja den Weg kommen ich geh jetzt mal in die Mitte jetzt bist du grad bei Grön? äh, bist du grad in der Mitte? ne, ich bin in der Mitte ich schlag den Gelb mal runter boah, der hat schon Eisenschwert, fuck der hat ein Eisenschwert ein Eisenschwert, jo ein Eisenschwert ah, klar, du hast ja alles Bronte mega Martin der Gelb ist mit nem, äh, guten Bogen in der Mitte oder Martin okay okay ah, es wird schon wieder in die Base geschossen wird schon wieder so eine Hexerrunde? 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 oh, Mausthante ist nun online Mausthante ist... ja was baut unser Randy für Scheiße? von dem hab ich auch schon lange nichts mal gehört pass auf, gleich schreibt er mich an er zocken ah, ich bin in der Mitte du kannst keine Basebomb wir haben früher, äh, bei ihm auf der Insel hab ich, äh, früher, also der meinte so hier hast du das Essen dann, ähm, hab ich, äh, so eine Falle gebaut ähm, eingeloggt dann muss er sich nur einmal ganz kurz bewegen und wird der Dreck von Pistons in Lava geschossen oh, hi ich wollte echt zubauen, dass wir halt da Ruhe haben nach so Richtung ich hab viel Gold dann geh mal rüber zu Rot äh, ich brauch hier grad nen Weg ja, ich will mir das Eisen da snacken oh oh, naja, ich hab da auch was in die Kiste gelegt schau ich mal gucken da ist ne Kiste? ja nice and Dicer nice and Dicer nice and Dicer hm, gelb ist noch da, unser linker Nachbar ach, die haben hier noch nicht mal richtig zum Eisen gebaut also 34 Eisen insgesamt das ist mit dem Eisen da, das war ich da eben kein Weg war ach so und voll die Wendys voll die Washer die haben das Washer-Kit ausgerüstet genau vollkommen so, ein Bogen ne besser Pickel beste Brustmal beste Schwer, äh, was ich kaufen kann ich hab noch nicht mehr eine normale Rüstung welches ist immer deine Schnauzen ja ein bisschen Essen ist der dumm oder so der ist grad mit nem Bogen gestorben lass ihn doch sterben Fleisch mit Fleisch schmeckt besser Martin auch falscher Text da ist ihm Fleisch schreicht Alter, bei uns jemand keiner weiß, wir sind tot wirklich 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 einmal Gold und ich werde die Regen ich muss nur einmal Gold kommen ich komm zu dir warte, wir rushen nein, bleib da, bleib da, bleib da alles klar ja, ich bin tot aber allein können wir wahrscheinlich beide nicht viel reißen doch können wir ok da brauchst du noch selbstvertrauen ok hm 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 ok mal schauen ob der schon kommt Alter, der hackt der gelbe ist schon auf dem Weg der hackt, der hat sich grad von unten nach oben teleportiert schlag ihn von hinten schnell weg ach so, Moment ah, steh unter Beschuss sind zu Randy der du bist gleich trauen ich hab ein Gerät nicer nicer zweiter Gerät Tom jetzt dritten Bo Bo ja, macht das Alter, die kommen gleich wieder mit die haben nix mehr die haben wir gereckt pass auf jetzt kommen wir das Beste wo ist jetzt den Wetter? nein, jetzt noch nicht rr 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 Habe einen gelben gerackt, mit Equip. Ja gut, so, ich hole gleich das Bett, du musst nur Deffen und nicht sterben am besten. Am besten wir ändern, dass sie Gold bekommen halt. Denn dann kann ich die gleich holen. Ach, die Rennies sind da. Scheiße, ich war die ganze Zeit beim falschen Team gerade. LOL. Moda, Jakob, Moda, Jakob. Ich bin schon hoch genug für Bögen. Da kommt einer mit Rutsdi. Ich bin dauernd. Ich bin dauernd. Du bist dauernd? Ist mir egal, ich hole der Handbett. Seht ihr mich? Broder. Broder. Die werden mich jetzt so oder so suchen. Ja. Machst einen Fallschirm, Taktik. Ich habe noch einen zweiten Fallschirm, falls die mich treffen würden. Das sah gerade zuerst aus, als ob du diese komischen Lighthacks da hast. Ja. Perfekt. Ich denke jetzt wahrscheinlich alle, du wärst ein Hacker. Doch, da ist einer. Echt? Einen kannst du ja auch kurz wegdrücken. Bester Mann, Schmiedi. Bar, bar. Kriegst du, den kriegst du. Ja, das Schlimme ist halt, ich legge. Als du das gemerkt hast. Ja, doch jetzt hat er dann auch einmal ein Schwert. Nice. Ja. Sind die bei uns in der Base gewesen? Ja. Äh, ja. Das nutze ich gleich aus. Äh, der hat einen Bau. Ich würde aufpassen. Ich weiß. Als teleportiert er sich in seine Base. Ja. Äh, ne, der eine kommt gerade von Rot zurück und der eine läuft da wieder hin. Oder? Ne, kommen beide in die Mitte. Achtung. Die wissen nicht, wo ich bin. Der eine in die Mitte führt der andere nur Bau. Oh. 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 Mein Vorteil ist halt, dass sie nicht wissen, wo ich bin. Der nur in den Bau ist gerade zu rot gekommen. Der andere kommt. Der andere kommt. Der geht zu Gabe. Ja. Der geht in seine Base. In der Base. In der Base. In der Base. In der Base. Yo, was Sexbomb. Ich bin bei uns. Pff. Pff. Ein richtiger Essling. Ein richtiger Pizza. Pff. 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 Oh. Ah. Da sind gerade voll easy kriegen können. Ja. Bei mir leckt es. Und das halt ein bisschen scheiße. Pff. ich warte bis sie angreifen denn die werden ungeduldiger sein ich bin schlägt der in der mitte kann mich mal mich interessiert mehr der andere ich habe so oder so den schlechter anpingen das ist das problem wir haben 50er ping das war eine nette runde die scheinen jetzt so was wie es dann hat sich die das echt als die hand ist ja das war eine kurze runde bett was vielen dank fürs zuschauen